Die sagen dir andauernd, was du zu tun hast und zu denken oder zu fühlen. Würden Sie gern scharf sein? Wie all die anderen Typen waren? Näh. Näh. Möchten Sie gern acht oder zehn Stunden irgendeinen Scheiß arbeiten, nichts dafür kriegen, nichts haben? Möchten Sie an jeder Ecke einen Schivate rumlungern sehen, der Ihnen nachgabt, alles beobachtet, was Sie tun, was Sie sagen? Wollen Sie das? Stehen Sie auf sowas? Wollen Sie, dass ich da bleibe und nichts tue? Also, ich bin kein mieser Krimineller. Ich bin kein Punter, kein Dieb. Ich bin politischer Gefangener und ich will hier meine scheiß Menschenrechte. Spielt für mich. 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 Oh! Hammer! ARD Text im Auftrag von Funk